ja neue bass neues glück 2.0 ich habe vor wenigen tagen ich mein erstes umbau bass video gezeigt um und in den kommentaren habt ihr euch gesagt hey die verteilung ist schlecht du hast zwei luftabwehr nah beieinander gebe ich offen zu absolut richtig ich habe wie gesagt die bass live im video umgebaut das heißt da hat man nicht noch mal die zeit sich das ganze im nachhinein noch mal in ruhe anzuschauen noch mal drüber zu schauen ob das so passt habe die bass dann ein zwei tage lang benutzt und bin ehrlich ich war nicht zufrieden also es gab dann doch viele niederlagen beziehungsweise was ja eigentlich das sinn am farm ist dass die ressourcen geschützt bleiben es hat nicht so funktioniert und ich dachte mir jo muss einfach was passieren habe ich dann ein bisschen so im netz umgeschaut gibt ja da zahlreiche sage ich mal tipps und tutorials und base design beispiele habe da wirklich zwei drei recht coole gefunden und dachte mir einfach hey ich probiere es mal mit der warum ich jetzt gerade hier am anfang so rausgesumpt bin also ihr könnt es gerne nachbauen ich habe da kein problem mit wenn mir jemand die bass nachbaut generell muss ich sagen dass ich bisher wirklich sehr sehr zufrieden bin der großteil wenn wir meinen verteidigungslock reinschauen bei mir zerstört halt einfach mein rathaus und die die mal mehr wollen kriegen nicht besonders viel also hier schaut man ist weit unter 50.000 das hier war dann noch die alte verteidigung vor knappen drei tagen base design an und für sich ich so ein bisschen rein wir haben mit ich ganz klar unsere minenwerfer unsere expos die klarenburg die gold lager hier liegt also der fokus ein bisschen mehr auf dem gold elixier lager hatten hier außenrum verteilt aber ich muss wirklich sagen seit der base läuft was ressourcen angeht generell ihr seht ich habe bald die 25.000 damit ich meine bogenschützenkönigin auf level 3 bringen kann das ganze kostet 25.000 und ich habe es auch die zwei millionen schon zusammen bekommen elixier so dass ich hier meinen bohrer auf level 3 upgraden konnte das klappt also wirklich sehr sehr gut mit der base so richtigen harte test musste sich bisher das ganze noch nicht stellen aber ich schließe einfach mal darauf dass mich jetzt viele gute spieler nicht mehr angegriffen haben dass die base an und für sich gar nicht so schlecht sein soll wir haben zwar drei offene lücken und zwar hier dann mit dem teller eisen und zwei weiteren bomben gesichert auch hier und auch hier und auch hier da befindet sich dann jeweils auch ein tesla und das ist sehr sehr tückisch also man denkt vielleicht muss man das ist ein fail oder es klappt nicht gut aber ich muss wirklich sagen da ist jetzt auch niemand reingekommen beziehungsweise die tropen greifen halt erst was anderes an man hat überall schön was außenrum also bisher ich habe die bases zwei drei tage im einsatz kann ich die euch wirklich nur wärmstens empfehlen neben meinem bohrer upgrade ich jetzt gerade hier noch die letzten mauern auf level 7 die waren alle gold habe ich jetzt auch durch die neue verteidigung also nebenbei gleich alle auf rosa machen können also da wollte ich euch auf alle fälle sage ich mal nicht verarschen wir jetzt falsch ausgedrückt ich habe ja wirklich wie gesagt beim letzten mal einfach frei haus freihand losgebaut und das kann am ende bei raus aber kann wirklich ganz klar sagen diese base jetzt die ich habe ist viel durchdachter vom prinzip man hat wirklich alles recht symmetrisch aufgebaut wenn man hier raus zoomt schaut es alles recht identisch aus wir haben ja auch wirklich von vielen verteidigungseinheiten eine gerade anzahl so dass man die symmetrisch verteilen kann hier die vier luftabwehre ist glaube ich der blue reißen hier verteilt ebenso die teslas beim bogen haben wir fünf das heißt da befinden sich die fünf von noch außen kanonen wechseln sich ab hier in der mitte hat noch eine kanone die expos in der mitte dann natürlich auch hier die minenwerfer in der mitte die margertürme außenrum also da kann ich wirklich sagen die base gefällt mir auch so auf den ersten blick richtig cool und richtig gut ich habe auch noch wie ich vorher schon angesprochen habe zwei weitere bases genau zwei waren es auch rausgesucht die ich mir jetzt mal abgespeichert habe die ich euch vielleicht in naher zukunft auch mal vorstellen möchte das heißt wenn es die base vielleicht auf dauer doch nicht so der absolute bringer ist steige ich vielleicht einen noch auf die anderen beiden um auch ja am anfang dachte ich okay base nachbauen ist immer ein bisschen langweilig aber ich sag mal da gibt es halt einfach leute die können clash of clans stunden über stunden investieren forschen danach der perfekten base bauen ständig um die zeit haben halt viele inklusive mir einfach nicht so dass meiner meinung nach dass es auch keine schande ist von irgendjemandem eine base nachzubauen bin noch ganz ehrlich dass ich von dem diese bases euch leider gar nicht mehr sagen kann da ich das in einem forum nur rausgenommen habe das bildschnell gesichert habe und die seite wieder verlassen wenn ich es wüsste ich würde den namen euch wirklich gar nicht sagen von wem die base ist weiß es momentan nicht mehr aber sollte eine seine base da wieder erkennen obwohl ich sehe man glaube ich aus dem englischsprachigen raum war dann kann ich dafür erst noch mein lob aussprechen was wirklich auch sehr effektiv ist die klaren bürg hier in der mitte gerade ist hier bei mir mit klar drache und bogen da entsteht eine menge schaden ansonsten was ich jetzt auch umgestellt habe ist meine angriff formation ein paar haben ja sage ich mal in kommentaren schon erwähnt ich sollte doch mit bamm angreifen wem bamm nicht sagt das ist eine angriff formation englisch barbarian also für die barbaren archer für die bogen und minions für die lakaien heißen sie im deutschen genau die kann ich euch auch gerne mal vorstellen diese taktik wie die funktioniert ich habe sie sage ich mal leicht abgeändert beziehungsweise da ich momentan einfach noch am dunklen elixier sparen bin gerade es eben hier für meine bogenschützenkönigin und auch noch mein zweiter bohrer gerade upgradet und somit nichts produziert ist mir das einfach noch zu schade dunkles elixier in truppen zu investieren wenn es der bohrer auf einem höheren level ist beziehungsweise vielleicht auch den hier mal für drei millionen dann auf der nächsten stufe bekommen schaut das ganze vielleicht ein bisschen anders aus aber momentan liegt da bei mir der fokus einfach wirklich noch ganz klar darauf das elixier für die helden zu sparen also ich habe es hier mal barbaren könig momentan auf level 9 und bogenschützenkönigin soll es eben bald auf drei kommen was heißt das also ich greife momentan mit 150 bogen und mit 50 barbaren an wie das ganze funktioniert ich würde sagen das kann ich euch doch am besten noch zum abschluss diesen videos zeigen ich so mich noch einmal kurz raus dann könnt ihr da gerne pausieren wenn ihr sagt die base gefällt euch ihr würdet sie gerne nachbauen ich denke so sollte man das ganz gut im nachhinein rein und raus zu mir können genau dann würde ich auch sagen schauen wir gleich nach dem gegner pokale wie gesagt sind zwar noch bei mir über 2000 aber fokus hier wir sehen das rathaus ist schön draußen wirklich wieder beim farmen das heißt es ist auch mal nicht so schlimm wenn man verliert eigentlich bei der bam taktik die ich als nicht strikte folge ist auch eine strikte regel wenn man sich durch verschiedene fordern liest dass man wirklich nur gegner angreifen soll die sowohl elixier als auch gold über 200.000 haben das kann gut sein dass es bei mir momentan nicht möglich ist wegen meiner pokal region wo ich mich noch befinde 2070 pokale ist fürs farmen ja immer noch recht hoch da muss ich einfach schauen wie sich das entwickelt wenn ich es weiter nach unten komme mehr oder weniger automatisch dadurch dass einfach leute mein rathaus zerstören werden und dass ich auch den einen oder anderen angriff verliere weil das einfach wirklich der fokus wieder ganz klar auf den ressourcen liegt weil ich muss ganz da sagen mich auch schon die letzten videos erwähnt habe mit meiner pokal aufstellung sage ich mal ging es zwar ganz gut aber ressourcen sammeln war wirklich richtig richtig schwer dann schauen wir mal hier wenn wir uns den so anschauen der hat das hier 400 teilte hat hier ein expo hier ein expo wenn wir uns das quadrat angreifen und das könnten ungefähr vielleicht hunderttausend von beiden bekommen das könnte man fast riskieren und zwar wie ist es meine aktuelle taktik das ist ein bisschen an bam angelehnt ich mache erst mal meine barbaren und macht dahinter dann die bogen das heißt die barbaren haben dann so mehr oder weniger sind dann der tank natürlich ein bisschen schwacher tank aber ein bisschen was denken sie schon und man hat dann so die möglichkeit direkt dahinter die bogen zu platzieren die ich jetzt hier an beiden enden wie gesagt mache man sieht es hier gleich noch dass da noch truppen aus der clan wird kommen mit vielen magiern da setzen wir am besten unseren drachen hin dass der da ein bisschen aufräumen kann und sonst man sieht schon klar hat es hier die mauern das heißt die zweite welle wird dann deutlich schwieriger aber hier oben sind es die truppen schon durchgestoßen und haben zumindest diese zwei lager platt gemacht habe es noch eine menge an bogen die könnten wir zwar leider ohne sage ich mal barbaren vielleicht noch teilweise hier oben auch da oben sind wir durchgedrungen und hier unten wird es gerade weiter angegriffen von ressourcen wurde angriff wahrscheinlich insgesamt recht überschaubar sein wir sind es hier aber ins innere eingedrungen das heißt hier mache ich noch ein paar bogen hin dass wir eventuell auch noch diese zwei lager hier platt bekommen das sollte eigentlich noch ganz gut klappen ansonsten da kämpfen immer noch fleißig meine zwei helden schade der wird da nicht mehr als dunkle elixir kommen hier unten bekommen wir aber noch die zwei platt das heißt es war eigentlich wie geplant dass man diese zwei heraus bekommen hat ansonsten die anderen zwei sind durch die wirklich sehr starken expos eigentlich fast unerreichbar ich mache jetzt hier die letzten bogen noch rein dass ich die das gold lager hier auch noch komplett bekomme habe dann in diesem fall auch keine 50 prozent das hatte ich die letzten male eigentlich fast immer das heißt trotz dieser taktik ging es ganz ganz gut hier ist halt wirklich so dass recht viel sag ich mal eingezäunt war durch mauern bei den letzten angriffen war so dass noch viele sachen außen standen und ich so die 50 prozent bekommen habe ist in diesem fall nicht schlimm von ressourcen klar es hätte besser sein können aber so knapp von hunderttausend von jedem das ist so momentan mein limit wo ich sag mein minimum so rum dass ich wirklich haben möchte wenn man es anschaut ich habe jetzt hier 960.000 überschlagen an ressourcen und wenn ich jetzt meine truppen ausbildet da mache ich jeweils 50 von allem was da wirklich auch schön ist das ausbilden geht halt wirklich sehr sehr zügig so dass man da wirklich auch öfter angreifen kann muss dann zwar teilweise sein schild wieder opfern was mir eigentlich beim farmen auch behalten sollte wenn es rathaus zerstört ist aber das ist bei mir momentan eigentlich auch zweitrangig das sehen wir hier von 57.000 haben gesagt 47 37 27 also haben wir 35.000 an elixier kosten zum ausbilden was wirklich total überschaubar ist wie ich finde und damit ist es momentan wirklich so meine formation wie ich es gerade die letzten tage schon und auch jetzt weiter verfahren werde werde euch natürlich auf dem laufen halten wie erfolgreich das ganze war wie gesagt das video jetzt ich wollte euch das einfach nicht vorenthalten ein paar haben sie auch schon angesprochen hey du hast du mittlerweile schon wieder eine andere base und dann dachte ich mir ich das so still schweigend einfach nicht kommentiere halte ich euch hier up to date ihr könnt also wie gesagt die base wirklich gerne nachbauen ich bin bisher absolut begeistert und würde es euch nur empfehlen deutlich besser als mein erster base versuch solltet ihr es nachbauen würde mich natürlich interessieren wie eure erfolge mit der base sind könnt ihr mir gerne in den kommentaren einfach schreiben und jetzt natürlich auch am ende wie es bereits kennt gerne könnt ihr mir auf facebook folgen brennerchen coc geht die letzten tage ordentlich ab durch meinen urlaub kommen videos über videos da halte ich euch wirklich auf dem laufenden wann es neue gibt und natürlich auch gerne zeit jederzeit noch ein abo oder ein gefällt mir da lassen oder auch einen netten kommentar freue ich mich wirklich auch immer sehr rüber so viel ist also zur neue base neues glück 2.0 vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal